das scheint wieder hin zu hauen okay es läuft wieder okay wieder rausgehen so wird immer noch hier weiter fassen jawohl super es funktioniert wieder gott sei dank sehr merkwürdig ist obs kurz abgekackt ist wieder aber in der zwischenzeit kam lava rein erst ist ja auch schön das freut einen doch welches besorgt hier aber zwei so gehen wir mal was hier raus oder versperr ich hinter der schmiede und noch mal das ist genial aber der schmerz steht da mehr auf dem schüsseln wird mein liebster wird ja perfekt da kann sich künstlerisch sich verausgaben so und das nächste ja es läuft doch gut feuerchen feuerchen ist sehr gut so und die letzten jahre kommen wir bei folgenden glasbläser total war ja das und ich jetzt so das nächste wieder schon wieder so wirst du schon wieder prügelst du dich wieder irgendwo aufpasst nicht so wie gestern zweimal krippel ach ja so das bald alles leer glaube ich sehe ganz gut aus und sieht gut aus schmerz oder noch hier anbauen gerade warte ja sowas nicht so läuft doch und noch mal und noch mal Erst tat mir die Füße weh von vielen rumlaufen, jetzt tun mir die Füße weh vom Stehen hier. Wir haben schon mal 28 Klasse, haben wir schon wieder. Ach, die nehme ich doch gleich mal mit. Dankeschön. Bitte schön. So, die letzten Sandblöcke schmelzen gerade. So, das ist eine monotone Arbeit. Ja, ist schwierig. So, nochmal. So, ein Block, Sand wird gerade noch geschmolzen. Hier haben wir F-Blöcke drin. Noch. Ich bin hierbei fällig erstmal. Reicht das dann oder brauchst du noch welche? Ach, ich glaube, das reicht dann schon. Setzt die gerade ein hier. Ja, ich will das nicht, bin hier oben am Schmelzen. Ich sehe das nicht. Du hast ja kein Glasboden, das ich durchgucken könnte. Nee, noch nicht. Kommt noch. Äh, Quest abgeschlossen? Quarz 2, wie soll ich das verstehen? Ja, das ist, äh, ist vielleicht irgendwo genug Köpfe eingesammelt. Ich glaube, das ist der Händler bei, in, ähm, der im Wirtshaus ist. Da, wo die Damen immer so komisch anspricht. Wollen wir nach oben gehen und so. Ja. Was macht der? Da kannst du die Quest abschließen. Musst du aber nicht. Dann kriegt sie Quarz für, glaube ich. Ich muss mal am Wochenende mal hinsetzen und wieder was. Neue Quests mal wieder machen. So, fünf Blöcke sind noch drin, okay. So, fünfmal kann ich blocken. Drei Blöcke noch. Okay. Habe ich geschafft? Zwölf Stunden Glas gegossen. Im Wirtshaus, sagst du, da ist er. So ein Verkäufer hier. Ne, hinten im Wirtshaus, irgendwo ist einer rumstehen. Ach, da hinten lungert was rum. Ich hoffe, ihr könnt die Ware gebrauchen. Ja, klar, kann ich die brauchen. 32 Grad. So, ich habe jetzt alles geschmolzen, was da war. Schmärsch. Perfekt. Reicht das? Bestimmt. Soll ich dir das Glas runterbringen, oder? Ich hole es dann gleich bestimmt. Ich komme mal runter, ich gucke mir das mal an. Ja, genau. Das brennt dann hier. Hier brennt ein normales Glas. Interessant. Die Öfen kann man auch automatisieren, ne? Ja. Ja, das ist quasi aus der Not heraus. Hatte ich die mal irgendwann da hingebaut. Dann ist das dabei geblieben. Uh. Binne. 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 ich finde das sieht doch total geil aus das hat doch was mit dem glas da denkst du fällst da rein dass ich mir gefällt es hat doch was ok hast du noch nicht gemacht oder hast du auch schon gemacht nur hier vorne das eine stück hier das kommt auch noch das ist ja genug noch da ein genau genau nicht schlecht hat doch was das ist aber eine kleine schmelze dachte ich wollte eine riesenschmelze hinbauen die geht in die höhe ach so ok bemisst sich die menge des inhaltes nach der höhe oder auch nach breite wie in mathematik nach volumen länge mal breite mal höhe da kommt doch was dazu hier wieder bestimmt noch ein tor einbauen die so komisch aus hier so viele fackeln ja da kommt auch sinn ja kommt das baut jemand der keine lust auf minecraft hat ja ja nein das geht partout nicht da hat man irgendwie angst darüber weg zu laufen weiß man weiß nicht in er fehlt ja eine ecke fehlt da keine ecke ja man manchmal schütten das glas müsste jetzt eigentlich reichen unten war noch 13 stück perfekt ja das war gut dann gehe ich erstmal wieder kurz nach hause okay bei helfen kann ich dir nicht groß hier ne ich bin dann bauen okay passt schon okay alles klar dumm die dumm die dumm ja was hüpft hier höre ich doch so langsam kennt man sich in schmerz steigen zu hause aus geht doch nicht auch ja muss ja noch muss ja zu finden ja jetzt hier noch mal hoch so bin ich wieder oben ach ja mal gucken was habe ich alles schon mal so gefahren tier sieht alles so nach nicht besonders viel aus ach ja na gut dann gehen wir erstmal wieder so aber sieht echt geil aus da weißt du nicht trittst du da ins leere oder nicht ja es ist riskant hier aber so ist das ja muss man auch vertrauen können auf jeden fall jetzt kugan weiter geht's ist gerade tag sondern geht gar nicht mehr auch dann kann ich mal zum fuß gehen schon wieder gehandelt wie verrückt sie waren das noch könnte ja immer durchgucken ist diese verkauf mir in die user ich glaube ich mache das mal im rathaus tickt die uhr glaube ich ne geht das mit der uhr überhaupt dass man diese irgendwie einstellen kann das war das die ursentechnik mod ja soll ja auch ticken jetzt war eine andere uhr mit der geht es nicht vom bibliograph mit der uhr geht es nicht aber ich habe eine uhr so eine tic tac aus dem technik mod na gut verkaufst du dir hier so meister verkauft ja gar nichts was mich interessiert sehr interessant habe nichts dabei was er verkaufen könnte interessant samsung verkauft was und krieg bei siliknex okay sammlung was verkauften ja sowas hölzer und sowas und schublebe sondern schubläden bei miss barrow gibt's was ein fressen war ganz schön teuer ich habe jetzt drei angriff schaden nicht schlecht ich habe 46 50 schaden kommen da kann man auch machen ja das ist dann aber leicht durch freudel genau kräftig mit köpfen ich weiß hätte er gern auch nochmal modifier ja dann musst du was dafür tun wir wieder arbeiten das dauert immer so lange dass die sachen zusammen hat ja ich gehe aus der stadt hier wieder raus ich glaube war doch hier ein ausgang oder nicht ich bin blind hier war ein ausgang ach so hier bin ich auf dem schiff boah hat die katze einen schönen schnurrwahl ich liebe tiere mit schnurrwahl so gehen wir hinten mal lang okay den sand den wir gefischt haben hat dem schmärsch gereicht das war gut ach ist das niedlich was hast du schon wieder so beseitigt so dann gehen wir mal weiter ich gehe mal zu fuß nach hause so viel zeit muss mal sein gut doch mal gut noch ein bisschen zu fuß gehen ja ein bisschen beine vertreten ist soll ja gesund sein nach dieser ganzen schmälzerei genau brauchen wir ein bisschen bewegung dumm die dumm die dumm die dumm die dumm dann hat er meistens das kekse gefunden dann ging es los das stimmt ich fand den klasse ich habe mich immer schrott gelacht wenn er kam jetzt bin ich hier unterwegs und hier ist kein darlebig platt machen kann ist doch ätzend genau ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist doch die Schoki irgendwo. Ja, die ist gerade wieder ein bisschen säuber. Aber da bist du ja. Ja. Aber hier ist nichts mehr zu holen. Hier ist nicht in der Kasse. Hier gibt es nichts mehr alles leer geräumt? Ja, wir haben ja alles aufgeräumt hier. Okay. Ich muss mal eine andere Ecke mal vorknöpfen. Ein tiefer? Geht es hier vielleicht noch ein tiefer? Bestimmt, aber hier nicht. Der Reihe nicht. Hier geht es nicht tiefer. Hier geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Hier sind alle ausgeräumt, ja? Ja, da waren wir mal gemeinsam drin. Wo geht es hier hin? Hier gibt es ganz viele Skelettschädel. Die nehme ich mal mit. Wo hast du die denn gefunden? So, ich würde mich dann mal wieder verabschieden. Ist schon so weit. Ich bin da so weit. Vielen Dank fürs Glas. Und dann, ja, passt auf euch auf, nicht sterben und so. Ich werde mich bemühen. Und dann bis demnächst. Auf jeden Fall. Bis bald. Bis denn nicht. Böschön. Ach, ich. Na, gut ist Schmärsch. Hat wieder Spaß gemacht mit ihm. Ja, das stimmt. Ist er denn nirgends mal weiter runter? Na, ist komisch. Hm. Weiß ich auch nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Ich muss ja da irgendwo wieder runter gehen. Oder durch einen anderen Gang. Haben wir alle drei Gänge schon durchgeguckt? Hm. Haben wir alle drei Gänge schon? Ach, es gibt ja nur zwei Gänge auf der Etage. Dann probieren wir den Gang nochmal. Oh, okay. Gut, dann gibt es ja nicht mehr wahrscheinlich. Nee. Na, gucken wir mal. Wo der Dungeon ist. Der noch Jungfrau. Du hast doch neulich einen gefunden, hast du mir gesagt. Letztes Mal. Uff. Wo war der? Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Aber wo war der Arsch der Welt? Ja, wo der Dungeon war. Ja, lustig. Ein bisschen genauer, mein Schatz. Später. Will ich jetzt nicht. Schokieker weiß sonst nichts mit anzufangen. Ja, kannst du mal sehen, wie sowas ist, ne? Ja, also bei mir musst du eine Nachsicht haben. Ich kann das nicht an. Ja, du willst es ja, das hast du schon mal probiert. Ja. Aber? Fackt er mich. Irgendwo von hier gekommen, glaube ich, ne? Dann da lang. Okay, es ist gerade Nacht. Welche Richtung war das denn? War da ein Knurridorf oder? Ich glaube, ja, irgendein Dorf war da. So, ich gehe jetzt hier wieder raus. Und es regnet. Ui, toll. So, ich gehe jetzt auch mal nach Hause. Mach das, ich gehe mal weiter auf Walze. Ja, aber pass auf dich auf, ja? Nein. Richtung Süden ist ja bestimmt auch ein Knurridorf wieder gewesen. Nein, und überall sind ja welche. Oh, da habe ich noch Zeit, die kleinen Sien sind zu drücken gewesen. Was für die? Habe noch nicht probiert. Ich glaube, ich gucke jetzt auch noch mal, ob ich mir noch mal was zusammenkriege. So ein Modifier. Es regnet hier gerade so dermaßen, ätzend ist das. Ich fühle dich vom Wetter. Aber, 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 behaupte ich hier. Beseitigt. Ist doch ein Scheißwetter ist das doch hier.